Ja, hallo, herzlich willkommen zu unserem nächsten Let's Play League of Legends 3 on 3 Mal zur Abwechslung, ja, jetzt ist die Zeit gekommen, wo wir nicht mehr genug Zeit haben, wo war Auf jeden Fall, ich mit Corki, du mit Sion, wie immer aktuell Ja, genau, Sion, das neuste Genau, mit seinem Random Angriff Oh Gott, ich verklick mich hier grad ständig Jo, WUSA, etc, etc, ab dafür Da tuckert Corki schon los Genauso schaut's aus Ich bin auf dem Weg Gut, da haben wir gleich den richtigen erwischt Wer geht hoch, du? Keine Ahnung, frage ich gerade Ich weiß nicht, ob Drinder sich das gegen den ganz zutraut Das sind die Orem Morde Wenn eurem Team Was, wieso, sorry? Weil er mich mit Morde verwechselt hat Schau, Schmerz Komm her, du Nacken, ich sah mich und bist du weg Oh Gott, hier sind halt die drei. Die machen so viel Schaden an mir. Okay, mittlerweile ist doch, aber ich muss mal hin. Er hat zu dritt. Oh, ETF. Oh Gott, ich will nicht sterben. Und tschüss. Tschüss. Voll sch-voll-fotzen, Alter, ja. Nichts Lerk, Alter, du bist neben mir hergerannt. Ich hab dir in Stunning-Fress geklatscht, wenn du genau neben dem Turm standst. Das ist einfach nur Fail, Punkt. Nicht mehr und nicht weniger. Der zweite Weltkrieg-Korki geht auch um 3 und 3. Alter, was sag ich? Sonst nur 5 und 5, jetzt nur 3 und 3. Das ist einfach... Muss ich ein bisschen mit den Items umstellen, also hab ich jetzt zumindest gemacht. Naja, kein Stück. Ja, ich hab mir jetzt die Schuhe früher gekauft, damit ich schneller reagieren kann. ETC. ETC. Aber da kommt S-Rail schon wieder und der kriegt auch gleich auf die Fresse. Wobei Mordkaiser steht daneben, aber Pff, Wayne. Eben. Trinder ist oben, schon an deren Turm. Na, doch nicht. Kommt Heimer dazwischen. Da ist aber Trinder ist Level 3, Heimer ist Level 1, glaub ich. Äh, hab ich jetzt so viel Schaden gemacht oder du? Wir beide. Ich hab auch einen Topf. Ja, ich hab auch einen Topf, ich hab auch einen Topf, ich hab auch einen Topf. Hör, alle greifen mich an. Pass auf. Oh Gott, Volker sind wieder da. Ja, wenn er zu nah gekommen wäre, also wenn er jetzt... Ja, ich geh lieber mal zurück. Achso. Lol, das ist natürlich jetzt extrem kacke für ihn. Ich spiele das erstmal S-Rail, ich lebe so dermaßen auf die Fresse. Dann spielt der Hinwald nicht mehr. Ja, das ist gut. Und Emblem ist Heldenmoos. Gut Deutsch, du Lebensreck. Guck mal, hab ich auch so. Heil, Trank. Hihi. Ich bin Zepter. Hihi. Na komm du mir nur zu nahe, S-Rail. Ganz ehrlich, komm du mir nur zu nahe. Das ist irgendwie beruhigend, wenn man nicht weiß, dass man nicht von vier Leuten gegankt werden kann. Mhm. Wie lange ist das, 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 was ich gerade eben ging, das ging um einiges schneller. Du meinst gerade eben, nach einer halben Stunde Spielzeit. Ja, so ungefähr. Meine Fresse macht der Schaden. Oh mein Gott, viele raufel, 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 raufel. Und Schild an, ihr könnt mich dann nochmal im Haar stecken, das schreibt so rein. Ja, ja. Hier ist keiner gefeated von uns. Na, du vielleicht bald. 6-0. Ja, okay, gut, du bist gefeated. Geht so. Nein, du bist gefeated, gib ruhig zu. Niemals. Und Stiefel, ja wunderbar, Dreier-Schuhe. Können mich am Arsch decken. Ich hab noch einer Schuhe. Wer braucht schon Dreier-Schuhe, WTF? Nee, jetzt kriegen sie so viele Stunts von mir in die Fresse geklatscht. Also einfach nicht mehr wegrennen können. Mordecai soll wegrennen. Estrael wegrennen. Mordecai soll OP-WTF, alter, wie klein die Liste auf einmal ist, wenn man einen Tab macht. Stimmt, krass. Estrael, natzen, natzen, natzen. Lauf, du Wixler, lauf. Wie er wegrennt, finde ich cool. Irgendwie macht mehr Schaden als der. Ja. Tja. Nicht mein verficktes Problem. Sun in die Fresse, Boots. Boots. Raketen in die Fresse. Komm, du mir nur ein Stück zu nahe. Ich sammle dich nur ein bisschen weg, du Wixler. Und in den Turm schießt noch nichts, ist mir scheißegal. Junge! Sorry. So, Heimer, Schwinger. Ja, wer ist das? Speed of heat! Ja, ja. Boah, das könnte ein kurzes Match werden. Wir finden jetzt schon 10-1 WTF. Ich habe 8-0. Ja, das wollen sie hier ganken und so. GLHF. Äh, GLHF. Meine Fresse, deutsche Sprache, schwere Sprache. Ja, manchmal. Komm, du flachstube! Die rennen weg vor dir. Delta Sierra, um 12 Uhr. Eins, dann kann ich noch machen. Ja, fuck it! Jetzt kriegt er 1000 Gold für mich, ey. Nur weil alle Vasallen auf mich geballert haben. Das kostet 700 Damage von Vasallen. Wenn ich dich dann bestellerst und das weißt du hoffentlich, Asriel. Wenn ich es dann für ready gehabt hätte, dann wäre ich dann weggegeben. Doi. Hört's auf, ne? Der macht ganz schön Schaden. Ja, soll er doch. Nicht, dass du denen jetzt auch noch viel hast. Ach, quatsch. Alles kein Problem. Ich meine, ich wäre ja scheiße, wenn sie sofort alle wieder surrendern würden oder so. Wäre... Wäre ja nicht so schön. Also wenn du bis los aus bist, bleib ruhig da. Ich bin gleich da. Ich bin jetzt auf den Tag. Ich bin jetzt auf den Pisa-Korken. Das ist so abartig. Ich muss aber auf den Pisa-Korken. Boah, schau, die Vasallen. Ich bin auf dem Weg. Ah, wo seid ihr? Ich bin jetzt auf den Pisa-Korken. 누가 grass sto Keith vor... Dann war das nicht los. Where ist der Pisa? Bito. All da. Ich bin auf dem Weg.